Ich glaube, unterschätzen kann man sie tatsächlich nicht, weil wir halt wirklich gar keine, also man kennt ja wirklich niemanden, Grüße gehen raus übrigens, aber ich glaube, das wird einfach ein 3-0 und ich mache mir da wirklich gar keine Gedanken. Ich habe da Spielshow gespielt, da war die noch flüssig gefühlt. Ich überlege gerade, was schief gehen könnte, so ein Deadlock-Pick oder so, aber es wird ein 3-0. Ich glaube, da gibt es keine Missklicks. Ich denke, das ist einfach aufgrund der Teamkonstellation, die wir haben. Einfach ganz anders ist, dass wir ganz anders funktionieren. Wir gehen mit vollem Elan, mit voll Spaß rein und spielen auch dann für den Spaß. Und am Ende ist es dann die Power of Friendship, mit der wir das Ding holen werden. Also ich muss ja 3-2 sagen für uns. Also es wird wahrscheinlich sehr knapp, aber natürlich denke ich, dass wir das auch gewinnen können.